Oh Gott, schau ich hässlich aus ohne Busch! Schau nicht hin! Schau nicht hin! Stell dich nicht so an! Los geht's mit dem Video! Liebe Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rouge vs. Busch. Und heute haben wir uns was ganz besonderes ausgedacht, nämlich Busch kam auf die Idee, dass wir Wither töten müssen. Und zwar haben wir uns zwei leere Plots auf CB Evil geholt, haben PvE eingeschaltet, haben Explosion eingeschaltet, haben unsere Fire-Reasy-Perks und alles ausgemacht und werden jetzt fünf Wither spawnen, jeder auf seinem Plot. Und derjenige, der entweder überlebt als einziger, gewinnt, oder der zuerst fünf Wither getötet hat, gewinnt. Oder wer nach 15 Minuten die meisten getötet hat. Schau ich mal kurz so... Seht ihr das? Du schämt sich! Du schämt sich! Okay, dann drücken wir jetzt mal jeder F5, dass wir die normale Ansicht haben. Und... Let's... Fetz! Go! Oh... Ja, gut. Ähm... Hm... Ja, was? Nix, nix, ich hab den Wither nicht falsch spawnen. Oh... Oh... Fuck! Er hat meine ganzen Wither-Köpfe weggesprengt! Oh... Ich muss die schnell einsammeln! Oh... Oh... Habe ich sie alle wieder? Nein, ich hab nur sechs im Inventar! Wo sind die anderen? Seid ihr die echt weggesprengt? Sind die jetzt einfach in die Luft geflogen, oder was? Habe ich jetzt nur noch die Möglichkeit, zwei weitere Wither zu spawnen? Dann machen wir drei Wither! Oha! Oha! Und jetzt ist er ganz böse hinter mir her! Und das ist gar nicht gut, weil der steht ganz weit oben am Himmel! Oh... Und ich kann ihn gar nicht schlagen, wie ich schon vorher befürchtet habe, Busch! Wo du sagst, na nein, das geht schon! Du hast mich auf eine Idee gebracht! Komm, hab dich noch kein Wither! Na toll! Dass ich sehen hab, wie der dich gejagt hat! Hä? Ja, super! Das ist ja... Das ist ja großartig! Ja, da kann ja... Aber das funktioniert nicht! Der Wither kommt einfach nicht! Nee, der kommt nicht runter! Äh... Mann! Okay, 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 okay! Es hilft alles nix! Leute, wir müssen in die Offensive gehen! Oh, Schande! Ah! Jaaa! Es hat funktioniert! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Komm her, du Saufi! Ja! Gott, wie soll ich dich denn... Das dauert ja 100 Jahre! Wenn ich dich so töten will! Okay, ich muss anders vorgehen! Ich muss anders vorgehen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, gut! Das bringt nahe zu nichts! Na toll! Ich versuche mich hier nach unten zu buddeln! Und der bombt mich hier jedes Mal wieder weg! Und ich habe jetzt einen Wither Skull platziert! Meine Fresse! Komm schon! Alter Schwede! So! Oh mein Gott! Der regeneriert nicht ernsthaft, oder? Doch, wenn du zu wenig Schaden verursachst, doch! Und jetzt schießt er so oft auf mich, dass ich hier keine geschlossene Decke hinzaubern kann! Oh mein Gott! Ich... Zum Glück haben wir die Yeezys an! Anders käme ich gar nicht an ihn... Okay, 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 okay! Ich hätte mal gar keine Chance mehr an ihn ranzukommen! Okay, okay, okay! Ja, das tolle ist, ich habe eigentlich sowieso keine Chance! Wieso spawnen die jetzt nicht? Wieso spawnen hier unten keiner? Äh, du musst auch unter seinen Armen abbauen! Den... Ah, ja, 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 stimmt, stimmt! Da muss leer sein! Äh, er spawnen trotzdem nicht! Warte, er spawnen trotzdem nicht! Dann musst du die Köpfe neu setzen! Oder... Oh Mann! Oh mein Gott! Jetzt, 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 jetzt! Ich weiß nicht, auf wie wenig Leben ich war! Doch! Also weiß ich nicht, aber ich kann es mir vorstellen! Oh Schande! Oh nein! Oh nein! Der hat sich sofort freigesprengt und ist jetzt am wegfliegen! Super! Das ist ja großartig! Jetzt hänge ich hier unten im Loch, die beschießen mich und ich habe keine Chance hier rauszukommen! Ja! So schnell kann ich gar nicht bauen, wie die mich hier wegbomben! Das ist eine ganz, ganz blöde Idee gewesen, Bush! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, 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 der tötet mich jetzt nicht. Ach bitte, einfach Busch töten, ihr blöden Wither, und dann habe ich Ruhe. Wisst ihr, ich muss einfach nur, ich habe zwei Wither, gegen die ich kämpfe, wie soll ich denn das überleben? Kommt runter, Wither, kommt doch einfach runter. Ja, ich bin sehr passiv gerade, da wird nichts passieren. Ja, ich glaube, ich weiß, welches Problem du hast hier, die Höhle ist auch langsam schon sehr groß. Okay, ich muss was anderes machen, ich muss hier so machen. Also auf jeden Fall Taktik haben wir hier gerade nicht, ne? Ja, ich baue gerade Taktik, also ich bin gerade dabei, mir eine Taktik auszudenken. Sie heißt der Witherkiller. Oh, der Witherkiller funktioniert aber nicht gut. Ja, 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 ja. Boah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Bitte, 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 bitte! Genau so bleiben, genau so bleiben, genau so bleiben, genauso, genauso ... Einer mit der Katonie! Komm schon, komm schon! 2nd Wither Dead Ich muss mir nur die Nether-Sterne schnell holen Und ich muss den nächsten Nächsten Wither spawnen Komm schon Okay und wie komme ich jetzt wieder an meine Stelle Oh komm schon, bevor der aufgeladen ist Sonst pumpt der mich direkt hier wieder weg Ja, 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 sehr gut Wow, 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 langsam Wither Langsam, nein Du darfst das nicht Ja, bleib hier, bleib hier, bleib hier Komm schon, ich brauche nur noch dich Ich brauche nur noch dich, du einer Wither Ich kriege dich noch, wart ab Wart ab Wither, ich krieg dich, 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 ich krieg dich Ich habe eben wirklich gedacht, ich hätte keine Chance, diesen Wettbewerb zu gewinnen Aber gerade denke ich anders, komm schon, stirb, 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 stirb mir mit meinen beiden helfen. Ja, ich komme, äh, slash PH Buschbau. Nein. Aber jetzt Buschbau, jetzt nochmal. Ja, Buschbau. Okay, wo sind die beiden? Da oben. Ja, 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 warte. Du musst folgendes machen, du gehst hier rein in die Wand. Achso, ich habe keine Rechte hier. Jetzt habe ich jetzt rein in die Wand. Dann gehst du hoch in der Wand. Ungefähr auf die Höhe, wo die hingehören. Das wird jetzt spannende Jump-Action zu zweit, sich hier hochzubauen. Warte mal, ich gehe eins nach rechts und wir buddeln nebeneinander hoch. Und dann buddelst du nur ein Breitloch auf deiner Fußhöhe. Okay, ich bin noch zu niedrig. Auf meiner Fußhöhe. Ja. Ja, da, 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 ist doch perfekt. Seine, seine Fußhöhe. So, und jetzt klopst du ihn kaputt. Ohne zu weit nach vorzugehen. Jetzt, sonst bombt er dich weg. Der darf dich nicht sehen. Oh. Schnell wieder zubauen. Schnell wieder zubauen. So, hier ist er, da ist er. Und gib ihm. Gib ihm, dass er auch ist. Oh mein Gott, ist das, ist das, ist das gut. Ja. Okay, jetzt war ich auch zu weit vorne. Aber zack, einer ist weg. Oh mein Gott, jetzt fehlt nur noch einer. Wo ist der? Noch weiter oben. Ah, okay, na gut, dann müssen wir noch weiter hoch. Ja, gut, okay. Ja, du hast, als du gesagt hast, wir haben nicht genug Taktik, war ich gerade dabei, diese Taktik zu entwickeln. Oh mein Gott, ist das einfach. Ja, wenn man weiß, wie, ne? Das ist, das ist wie immer. Ja. Alles eine Frage der Kompetenz. Ich hatte sie auch nicht, ich habe sie gerade erst entwickelt. Jetzt ist er weiter nach oben. Ja, aber ich sehe ihn. Jetzt schlagen wir uns zu zweit auf ihn ein, das wird schnell gehen. Jo. Also ich habe drei Wörter getötet und du? Ja, ich auch. Schon länger. Also genau genommen habe ich vier getötet. Vier und halb. Ja, hm. Ich habe sogar drei Wörtersterne. Yeah, yeah, yeah. Ja, was sagst du dazu? Glückwunsch. Dankeschön. Jetzt habe ich sechs Wörtersterne. Äh, habe ich nicht. Nee, so zack, da. Sechs Wörtersterne. Ja. Was machen wir jetzt mit den Wörtersternen? Ja, also ich würde mal sagen, einen davon signierst du und verlost du und die anderen machst du einfach zu. Mach ich einen oder machen wir beide einen signierten Wörterstern? Zum Verlosen. Den Verlierer und den Gewinnerstern? Ja. Okay, meinetwegen. Warte, da. Ich dropp dir einen. Bitteschön. Ja. So. Gut, dann verlosen wir die. Im nächsten Livestream. Ja, ich denke, die wird die. Kommenden Montag. Kommenden Montag im Stream. Ich glaube, das sein gefällt dir. Ist ganz aufrichtig und ehrlich. Der Gewinnerstern. Ich habe Gutrennacht schon mal wieder gewinnen lassen. Ja, 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 ja. Ja, ja, da können die Leute sich ja selbst ein Bild von machen. Alles klar, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Komm zu mir. F5, F5. So. Ah, jetzt im Ruck sitzt du ja noch auf meiner Schulter. Versteckt sich, bis der Busch auf hat. Alles klar, ihr Lieben. Das war es wieder mit Rush vs. Busch. Es war mir eine Freude, Busch mal wieder die Leviten zu lesen. Und wenn ihr... Ne, ne, ne. Kein PvP anmachen hier. Nein, 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 nein. Slash PH. Ähm. Wenn ihr Bock darauf habt, dass wir weitere solche Folgen drehen, dann schreibt es in die Kommentare. Schreibt auch rein, was für Ideen ihr habt, was wir spielen sollen. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Rush vs. Bus mit euch. Rush vs. Bus? Rush vs. Bus ist auch eine gute Idee. Mal gucken, wer stärker ist. Der Bus oder der Rush? Ja. Ich glaube, dass das... Ja. Alles klar. Dann, ähm, haut rein. Ach ja, und schreibt vielleicht noch in die Kommentare, wie ihr das Split-Screen-Format findet. Wir haben gesagt, wir machen diesmal gleich großes Bild von beiden Seiten. Das ist für uns schwieriger zu spielen, aber für euch wahrscheinlich schöner zu schauen. Schreibt es auch mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Wieso habe ich denn eigentlich BASCH2207 stehen? Oh, jetzt sehe ich erst, dass ich deinen Namen falsch geschrieben habe. Ich habe einen C vergessen. Du weißt, hab sie jetzt BASCH2207. Nee, jetzt heißt sie BASCH. Ist auch okay. Alles klärchen. Ciao, bis dann. Ciao. Ja.